Here we go. Herzlich willkommen zu einer brandneuen Markenrebell-Podcast-Folge. Mein Name ist Norman Müller und wir haben eine 30-Tage-Podcast-Challenge. Das heißt jeden Tag ein wichtiger Impuls zum Thema Podcasting. Warum? Mit dem Podcast kannst du deine Personal Brand aus meiner Sicht am besten pushen. Also das wird wirklich belohnt mit viel Reichweite. Und du kannst über diese Reichweite natürlich sensationell gute und wertvolle Informationen senden. Aber keine Angst, hier im Podcast gibt es jetzt nicht 30 Tage lang nur Podcasting, sondern es gibt natürlich auch das Thema Personal Branding. Ich bin schon am Vorbereiten und natürlich auch Interviews. Alles parallel, wird also sehr dicht in den nächsten Tagen und Wochen. Und deshalb freue ich mich sehr, wenn ihr mir mithelft, so wie Andreas Giermeier. Der hat mir nämlich ein Audio geschickt. Guter Freund von lernenderzukunft.com. Machen wir gleich ein bisschen Werbung hier für Andreas. Und das spiele ich jetzt gleich ein nach einer kurzen Pause und werde natürlich die Antwort darauf geben. Viel Spaß mit der heutigen Podcast-Folge. Servus, lieber Norman. Andreas Giermeier von lernenderzukunft.com spricht. Und zwar plane ich mit einem lieben Freund einen Podcast zu starten. Und da geht es jetzt um die Taktung bzw. um den Aufbau desselben. Und was rätst du? Meine Idee oder unsere Idee war jetzt tatsächlich einem monatlichen Thema sich zu widmen. Also einen Monat lang geht es nur um das Thema X. Und dann jeweils eine Episode zu haben, wo wir zwei drüber sprechen, über dieses Thema, um da einzuführen, mit Storytelling etc. Dann einen Gast zu just diesem Thema zu haben in der zweiten Episode. In der dritten vielleicht dann noch einmal zu drüber reflektieren und wieder weiterzufahren. Und in der vierten Episode kommt noch ein Gast. Das wäre so diese Geschichte, die ich mir habe einfallen lassen. Vielleicht hast du ja ein besseres oder Modell oder eine Ergänzung oder Erfahrungen, die du damit beisteuern wollen würdest. Herzlichen Dank dafür. Alles Liebe aus Innsbruck. Andreas Giermeier von lernenderzukunft.com. Ciao. Der Markenrebell-Podcast. Spannende Interviews, wertvolle Strategien und provokante Botschaften für Führungskräfte und Unternehmer. Stell dich den Herausforderungen der Digitalisierung und setze als Marke ein Zeichen. Von und mit Markenrebell Norman Müller. Eine sehr schöne Frage, wie ich finde. Vielen Dank an dich, Andreas. Und ich drücke natürlich beide Daumen, dass das mit deinem Podcast oder mit eurem Podcast gut klappt. Die Frage ist deshalb so spannend, denn auch ich habe immer wieder Klienten, die sagen, wow, ich tue mich echt schwer mit einem Podcast, Solo-Shows. Okay, dann kann man Interviews machen, denn, was man wissen muss, einen Podcast zu zweit zu machen, ist immer noch mal was anderes. Also einen Podcast zu zweit zu machen, macht aus meiner Sicht viel mehr Spaß. Also ich habe viel mehr Spaß in Interviews oder wenn ich mit Katharina Folgen aufnehme für den Mindshift-Podcast. Soloshows sind immer so, naja, du redest mit deinem Mikro, was kommt da zurück? Nicht viel, außer eine Rückkopplung. Kleiner Scherz unter Podcastern. Das bedeutet, wenn ihr euch unsicher seid, wenn ihr vielleicht auch ein paar Berührungsängste habt, dann ist es natürlich toll, wenn du am Anfang sagen kannst, hey, ich mache das mit einem Kumpel zusammen oder mit einer Kumpeline zusammen. Und ihr macht das als Duo quasi und könnt natürlich als Duo auch noch Gäste zusätzlich einladen. Wie ihr das ganze Podcast-Format gestaltet, bleibt natürlich völlig frei und euch überlassen. Mein Tipp ist, lasst die Community mitentscheiden. Es gibt nicht so dieses Muster oder diese Schablone, die immer funktioniert, sondern es gibt ganz viele Podcast-Formate, wo Leute als Duo super erfolgreich sind, auch ohne Gäste, auch ohne monatliches Thema, so wie Andreas es gerade vorschlägt. Aber es sind tolle Ideen, ja, also monatlich das Thema zu wechseln, ist eine tolle Idee. Eine richtig gute Idee ist, das zusammen mit der Hörerschaft zu machen, und zum Beispiel via Facebook oder den sozialen Netzwerken, welche auch immer ihr ausgewählt habt, als euer führendes soziales Netzwerk, einfach nachzufragen und zu sagen, hey, wünscht ihr euch Interviewgäste, wen, ja, wen? Oder wünscht ihr euch nächsten Monat das Thema XY oder das Thema ABC? Also diese Interaktion, die ist natürlich toll, damit die Hörer, so wie ihr auch, diesen Podcast mitgestalten könnt, indem ihr mir eure Fragen zum Beispiel als Audio schickt, so wie es Andreas gemacht hat, dass ihr dieses Format mitentwickeln könnt. Und das ist natürlich eine ganz tolle Reise, sowohl für uns als Podcaster, als auch für euch als Hörer, Hörerinnen. Und ich vergleiche das Thema Podcasting, wenn ich jetzt mal so an meine Coachings denke, immer mit der Idee von Netflix. Ich finde es ganz cool, bei Netflix kannst du ja so einen Blockbuster gucken, also irgendeinen Spielfilm, oder kannst dir halt irgendeine Serie oder eine Doku oder sonst was reinziehen. So, und diese Mischung macht's. Was wollen die Leute hören? Sie wollen Unterhaltung. Also man kann diese 80-20-Regel immer ganz gut anwenden, dass man sagt, 80% ist Unterhaltung und Emotion und 20% ist Wissen. Bevor es hier so richtig losgeht, noch ein kurzer Hinweis. Du gehörst zu den 13% der Deutschen, die regelmäßig Podcasts hören. Und die Zahlen steigen rasant. Podcasts sind für mich der persönlichste Weg, wertvolle Inhalte zu transportieren und damit Unternehmen bzw. Marken extrem gut sichtbar zu machen. Abgesehen davon ist ein Podcast für mich der Hidden Champion im Digitalmarketing. Und ich sag dir auch warum. Im Zeitalter der Digitalisierung werden wir täglich überflutet von Informationen. In der Markenkommunikation suchen wir deshalb nach Möglichkeiten, die Aufmerksamkeit unserer Zielgruppe zu gewinnen. Mit einem Podcast platzieren wir wertvolle Inhalte also in die Zeitfenster, in denen kein Bildschirm genutzt werden kann. Zum Beispiel beim Autofahren, Rasenmähen oder beim Sport. Und eine professionelle Podcastproduktion ist wesentlich ressourcenschonender als andere Marketingaktivitäten. Meine Empfehlung, es gibt keinen besseren Zeitpunkt als jetzt, einen eigenen Podcast in deine Kommunikationsstrategie zu integrieren. Wir haben das sehr erfolgreich mit dem Markenrebell-Podcast vorgemacht und ich helfe dir gerne dabei, mithilfe eines Podcasts die Bekanntheit und Wahrnehmung deines Unternehmens, deiner Marke im Markt deutlich zu erhöhen, um deine Produkte und Dienstleistungen besser zu verkaufen. Wenn dich das Thema interessiert, dann schau auf unserer Website www.markenrebell.de vorbei und buche gleich einen kostenfreien Termin, damit wir darüber sprechen können. Und jetzt viel Spaß mit dieser Podcast-Folge. Also man muss sich schon wahnsinnig motivieren, wenn man so einen Podcast hat und den anhören möchte, der eigentlich nur aus Wissen besteht, es sei denn, er ist unterhaltsam aufgebaut. Also könnt ihr euch vorstellen, wenn das so eine monotone Sprechweise ist, um Wissen zu vermitteln, dann ist es natürlich nicht irgendwie aufregend und freust sich drauf, sondern wenn es dann eine Lebendigkeit macht, zum Beispiel auch ein Interview. Wenn sich zwei Menschen unterhalten, einfach dieses Abwechslende, du weißt nicht, was als nächstes kommt, das spürt nicht nur der Hörer, sondern der Podcaster natürlich auch. Und somit ergibt sich ein lebendiges Gespräch. Und diese Lebendigkeit in den Podcast zu überführen, das ist im Grunde die Challenge an der ganzen Geschichte. Deshalb immer mal wieder variieren. Also wenn ich mir den Marken-Podcast anschaue, mal so über die Historie hinweg, dann hatten wir zum Beispiel eine Folge mit meinem Freund Florian Schild. Florian Schild, ich habe fast der Name nicht eingefallen. Florian Schild mit der Folge The Art of AI, also die Kunst, künstliche Intelligenz. Superspannende Geschichte, waren vier oder sechs Folgen, ich weiß nicht mehr ganz genau. Wir hatten das Thema Digital Health, wir hatten das Thema Startups, immer mal wieder jetzt auch. Hört ihr das? Ist ja cool, die Nachbarn feiern. Da gehe ich gleich rüber, muss mich jetzt ein bisschen beeilen. Wir haben jetzt hier zum Beispiel ein Interview-Format im Marken-Podcast, Hidden Champion, wir haben die Solo-Shows, wir haben die Q&As, wir haben jetzt die Challenge 30-Tage-Podcast-Mastery und so weiter und so fort. Also ihr merkt schon, immer mal wieder ausprobieren, denn auch wir Podcaster wollen ja ein bisschen Abwechslung, das soll ja nicht immer so monoton sein und so weiter. Also das ist für beide Seiten ein unglaublicher Gewinn. Und wenn du, lieber Andreas, das mit einem Freund zusammen machst und ihr euch da Themen überlegt, wunderbar, also spannender kannst du so ein Format gar nicht aufbauen, vor allen Dingen dann, wenn die Interaktion dazu kommt, wie schon gesagt, Community befragen, super wichtig. An dieser Stelle vielleicht auch eine kleine Motivationshilfe für alle, die sagen, ey, ich hätte gerne einen Podcast, aber so allein ist nicht. Ich habe ja gerade am Anfang schon gesagt, mit einem Partner oder Partnerin zusammen zu machen, ist unbedingt eine gute Idee. Nur ein Thema immer wieder dabei beachten. Wie könnt ihr das ganze Thema Branding lösen? Also es kann ja sein, dass zum Beispiel zwei Leute in einem ähnlichen Business zusammen kooperieren wollen über einen Podcast. Das kann natürlich sein. Da ist die Frage, welches Branding oder Co-Branding nimmst du, damit der Podcast in beide Businesses einzahlt. Oder beide arbeiten in einer Firma, dann ist es natürlich am einfachsten und dann macht man zusammen den Podcast. Ja, aber das müsste man dann noch ein bisschen so ein bisschen auseinander, ist jetzt echt schwer zu sprechen und zu hören, wie die feiern da draußen. Das müsste man also unbedingt noch mal ein bisschen auseinanderklappen oder ein bisschen strategisch denken, ja, weil es soll ja schließlich beiden, die dem Podcast veranstalten, zugutekommen. So, ich hoffe, dass ich dir, Andreas, dabei geholfen habe, dich dahingehend natürlich weiter zu motivieren, mit deinem Freund zusammen diesen Podcast zu starten. Ich ahne auch schon, wer das ist und ich glaube, dass es ein sehr spannendes Thema ist. Schaut gerne mal auf der Website von Andreas vorbei. Wir packen das mit in die Show Notes. Und ja, würde sagen, ich mache den Sack hier zu, freue mich auf eure Fragen, schriftlich, per Voice, wie ihr wollt und dass ihr Teil dieser 30-Tage-Challenge ist. Ich glaube, wir haben Tag 5. In diesem Sinne nur das Beste für euch. Seid rebellisch und bis bald. Ciao. Untertitelung des ZDF für funk, 2017